so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen gag video wir haben jetzt hier uns versammelt haben wir dachten wir machen ein bisschen an spaß und heute geht es ums fummeln wir machen ein fummelspiel das heißt meine mutter lässt eddie mein sohn und mich fummeln hast du fummelsachen dabei sohnemann bist du am start wir sind bereit zum fummeln wir sind bereit zum fummeln das heißt also es geht gleich los wir werden uns jetzt dann da hinsetzen mit verbundenen augen und mal schauen wer was ertastet also bis gleich vielleicht ein bisschen musik zu untermalung oder wie du film schon also ich setze mir jetzt hier mit hin ich stelle mir erstmal dahin ist das sicher dass das wirklich ja hatte schon geschaut also jetzt geht das fummelspiel los auf die plätze fertig los ok wer fängt denn an überhaupt arion aber erstmal erklären wir du musst die spielregeln auch wissen ach ja die spielregeln aber wir sehen nichts ich zeige euch jetzt was ich hab du zeigst uns das und dann gerissen arion in die hand und er gibt es weiter an dich und an dich wo ist denn die fünf vier und keiner sagt was bist du sagst jetzt ok hast verstanden arion ja also jetzt darfst du was sagen wenn du wenn du da jetzt darfst du sagen wo bist du das ist alles ja also ich habe ganz schweren verdankt nein ich bin nicht riechen nicht richtig weiß was das ist ja ich auch ja also jetzt darfst du sagen walnuss wir sind spitze der schwierigkeitsgrad muss steigen steigen ist es steigen speisekarte bitte ja wo bist du bist ist das alles also ich bin mir ganz sicher was das ist ja techniker aber perdi bin ich mir nicht so sicher denn das ist nicht so sein mit je doch ich weiß was es ist das ist nicht es wird schwerer wir sind zu schlau ich glaube wir sind einfach zu gescheit sie sind zu schlau wir sind ja nicht bei reality stars also ein anfangs wusste ich es nicht was das ist nicht das ist für mich ganz klar das war auch gar nicht fühlen ganz klar das ist 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 ja das können wir nicht schlau ausleben warte jetzt kommt das ist genau was du hast du kommst hier nicht hin ja dafür mich klar was er ist Du gehst doch nachts zu Bett und du brauchst doch mal so eine Haube auf den Kopf, weißt du, wegen der Haube. Verstehst du? Ja. Was ist denn das? Du, Schatz, du musst sagen Stopp. Ich weiß es. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Einkaufsnetz. 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 Na, keine Tüte. Ein Einkaufsnetz. Super. Ich dachte, das ist echt was für die Karte. Ich wollte nicht überatmen. Ein bisschen verwehren. Wir sind gut. Sind wir so gut oder ist das einfach nicht schwer? Na. Ja. Aber ich habe immer echt schwere Sachen ausgegeben. Ja, das ist offensichtlich. Das ist offensichtlich. Hast du, bist du schon so ein Essenkanzler? Was? Für Kühe. Das ist aber ganz schön ein Ast. Ich weiß, was das ist. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Gummihandschuhe. Boah, Leute. Ja, das war's jetzt. Na, zwei habe ich noch. Ja, super. Harion? Hat Aaron überhaupt gesagt, Gummihandschuhe? Ich hatte die Kopf, ja. Was hat er gesagt? Irgendwas hat er gesagt? Irgendwas komisches. Komisches? Okay. Ja, warte, warte, warte. Das weiß ich, was es ist. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ein Pferdgebiss. Was hast du gesagt? Noch nie fertig. Fertiggebiss. Na ja, das können wir gerade noch für Geld machen. Das geht gar nicht. Das muss schon geben. Arion. Ach, okay. Das ist doch nicht normal. Ja, Mutter. Ja, bei Sommerhaus der Stars haben sie ewig gebraucht, um irgendwas zu erwarten. Fertig? Ja, die waren ja völlig dämlich. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Einwegrasierer. Einwegrasierer. Die kann ich gerade gut gebrauchen. Sind wir durch? Ja. Jetzt kommt was ganz schwer. Okay, jetzt kommen wir in die Königsdisziplin. Jetzt kommt die Königsdisziplin. Ja, genau. Arion? Ach so, das ist gut. Wir sind wirklich gut. Ja. Sohnemann. Hä? Hä? Okay, das ist jetzt glaube ich echt schwer. Okay. Das hört sich schon so nach Porzellanen oder so. Ist deine Zeit um? Ich übergebe es mal weiter, vorsichtig. Ja. Weiß ich, was das ist. Hä? Du hast es aber dann wahrscheinlich schon mal gesehen, Edi. Na, ich kann das sofort fühlen. Okay, das ist jetzt was schweres. Michi, du musst was sagen. Warte. Warte mal. Zeit ist um. Was ist denn das? Ja gut, okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins, neun. Es ist ein Porzellanpferd. Was hast du gesagt, Nona? Porzellanstruktur. Porzellanstruktur. Also ich sage, es ist ein Porzellanpferd. Super. Super. Ein springendes Pferd. Edi. Und ein letztes habe ich jetzt noch. Ein letztes. Gibt es so? Na, ehrlich nicht. Adrian? Ich hätte jetzt auch einen Drachen gekümmelt. Aber sowas ist schon schwierig. Weißt du was geil wäre? Ja. Dein Drachen und deine Drachenlampe. Mach. Die wäre sauschwer. Das nächste Mal bin ich dran mit Fummelsammel. Ja, genau. Aber gut. Ja. Wir sind gut. Krassel? Ja, ich möchte. Okay. Ihr Porzellanpferd. Ich hätte jetzt eher an einen Drachen gedacht. Ach nee, das ist ein Pferdekrupp. Ich weiß gar nicht warum. Happy hier ist. Aber ist egal. Bitteschön. Na, das weiß ich. Ach, fünf, vier, drei, zwei, eins, neun. Ein Unterhaltsband. Leute, schwerer konnte ich es nicht machen. Aber super. Super. Liebe Leute. Boah. Einfacher ist das, Schatzi. Wir haben echt ein gutes Gefühl. Ja, aber das waren doch echt schwere Sachen. Guck mal eine Walnuss, ja. Pferdetrempe. Also gut, wenn man mit Pferdekrupp. Oder Gebiss mehr oder weniger. Wow, super geschnitten. Ja. Ja, wir waren das, sind gut. Vielleicht sind wir einfach nur gut. Ja, vielleicht sind wir einfach nur gut. Das war crazy. Das war krass. Da hätte ich ihm beide auf die falsche Pferde gelaufen. Ein Haarnetz. Na ja, gut ihr Lieben, das war's dann. Nächste Fummelrunde geht dann über mich. Ich such mir jetzt auch mal Sachen raus. Irgendwie muss man die ja dann ins Boxhorn jagen. Also sag dann Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü